Hallo Hugo! Du bist aber schnell unterwegs. Macht Spass mit dem E-Bike, was? Weisst du, dass du mit dem E-Bike auch beim Anhalten vorsichtig sein musst? Schau, dein Anhalteweg ist mit 25 km pro Stunde fast doppelt so lang wie bei einem gewöhnlichen Fahrrad, das nur 15 km pro Stunde fährt. Bei E-Bikes mit einer Tretunterstützung bis zu 45 km pro Stunde ist der Anhalteweg nochmals wesentlich länger. Das kann ziemlich gefährlich werden, wenn du das beim Bremsen nicht einberechnest. Hugo? Hugo? Alles okay? Ist ja noch mal gut gegangen. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020